So und hiermit wäre für mich auch die Gamescom 2015 zu Ende. Es war geil, es war super. Wir haben viel gesehen, wir haben viel gemacht. Unter anderem für diverse Formate wie Hamburg 1 oder Sci-Fi oder Welt der Wunder TV. Schaltet also ein, ihr werdet uns da vermehrt sehen die nächsten Wochen. Natürlich wird auch einiges auf YouTube hochgeladen. Und die anderen Jungs fahren jetzt nochmal nach Hamburg. Ich lasse es mir nochmal in Düsseldorf ein bisschen gut gehen. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage wieder. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr dabei wart. Und immer fleißig geklickt habt. Und ja, ansonsten sehen wir uns bestimmt auch nächstes Jahr. Obwohl im Moment würden mich jetzt keine 10 Pferde wieder zurückbringen. Weil es einfach echt Hammer ist. Und ich bin froh, dass es endlich mal vorbei ist. Aber so ist das. Nach drei, vier Tagen Messe hast du einfach keinen Bock mehr. So, ich mache jetzt auch Schluss. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Super Games TV mit mir, Lennart. Das bin ich. Alles klar, ciao.